Heute gibt es für euch die Veko Beastmaster im Test. Die ist gekauft worden im Lidl. Die hat 18 Schuss und ich wünsche euch viel Spaß. Es ist eine richtig gute Batterie aus dem Jahr 2019, die es im Jahr 2020 leider nicht mehr gibt, aber es gibt sie neu aufgelegt unter dem Namen New Beastmaster. Auch definitiv eine Kaufempfehlung von mir, aber jetzt gibt es für euch erstmal die alte. Viel Spaß. Beastmaster. Come on. Die ist absolut krank.